Wir haben gesagt, wir dürfen machen eine Challenge. Heute Morgen um 2 Uhr, 3 Uhr haben wir gesagt, wir dürfen nur in Tell the Towers sein. Aber wir haben jetzt gesagt, wir dürfen Tell the Towers, Playzpack nur, dass wir heute sind. Das ist Teil 2. Wir machen das nochmal. Leute, ich hoffe, dass wir unsere Sicht kriegen. Tell the Towers, oder Playzpack? Und dann tell the Towers. Wir können auch hier gehen, und hier gehen in eine Minute. Hey, Markies, komm, Markies, kann ich nicht sehen. Wo bist du? Dein Ernst? Ich würde sagen, du hast tausend welche Towers, ich sterbe. Ich würde aber hoffen. Ey, wo ist, wo ist bleiben? Ja, dann geht's, du hast den Toppen. Der Hund. Der Hund ist immer hierher. Deltet. Okay, renn um dein Leben. Wir werden den Tunnel, weil das zu weit ist. Guck doch. Und was, wenn der Tunnel schneller als dich bist? Nein. Aber was soll ich denn machen? Na, wie soll ich das machen? Ich muss das machen. So. 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 machen ja soll jetzt in YouTube gerade eine Einstellung machen aber hier kann ich das machen ich gehe jetzt auf mein Handy in ein Ding, der heißt das YouTube und jetzt was jetzt Einstellungen machen auf dem Fernseher ansehen können sie sich hier auf dem Fernseher Einstellungen machen und keine Ahnung warum machst du die Ölgefeuer haben ok Leute jetzt geht es weiter mach doch sammle das doch ich kann meine Markierung gar nicht sehen ok jetzt müssen wir warm machen runde ja Und her. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geh mal nicht verarschen. Was? Weil ich in Tiltetalos war und dann einfach zwei Gegner auf den Spieltag gekommen. Und ihr Spieltag ist voll gut. Was? Ich bin der Schrott. Was? Wir gehen jetzt zu Tiltetalos. Wir gehen jetzt zu Tiltetalos. Hast du auch gelassen? Hast du auch gelassen? Ja, ich auch. Samsung? Aber ich bekomme bald. Okay, Google. Mach mein Handy auf. Um dein Smartphone auszuschalten, dann auf Ausschalten. Wo war's denn? Wo war's denn? Wo war's denn? Ach, ist doch mal. Ich würde sagen, dass du da. Ich würde sagen, dass du da. Ja, mach. Ja, mach. du bist scharf. W Mach mal. Du bist schmerzig. Du bist schmerzig. Du bist schmerzig. Ja. Ich würde sagen, dass du hier auch nicht kriegst, Jetzt zockt ihr zum Kochen, Jan! Mein Freund, der kann nichts, der kann was, aber der spielt ja auf Laptop und der ist Anfänger. Ich versteh nicht, was diese Goldene da ist, da wo die Spitzhacke drauf sind. Was, wenn ich 100 Kill mache? Das letzte Mal hab ich 5 Kicks gemacht, ich hab noch nicht mal Punkte bekommen. Wo gehst du, wo gehst du, wo gehst du hin? Okay, mein Bruder. Okay. 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 Uh-axis. family auf, Nathan. Okay. Okay. Okay, Jess. Okay, yes. Mach's überhaupt. Kannst du das hören? Kannst du das hören? Gib mir auch mal eine paar Waffe. Kannst du das hören? Kannst du das hören, wenn ich gar nicht mehr mache? Ich sage noch nicht mehr- Nee. Da waren es die Glocke aus. hast du für mich du weißt du warst was ich brauche ja ja okay ja grün ist schon zu viel vor 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 Ra dort! Oh oh oh! Keine leber! Keine leber das weiß ich! Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle. So ist eine Sache nicht, mein Lieblingstanz. Freier Lauf hast du nicht. Okay, tanz, tanz. Nein, tanz trotzdem. Denkst du, du bist erst Stufe 63 oder 64 und das kann nur Stufe 95 bekommen. So ist eine Sache. So ist eine Sache. Deine Ärzte, du wirst dich wieder verarschen. So ist eine Sache. So ist eine Sache. Lass mich da auch eine Küste haben. Ich habe schon eins. Blau und Dunkel habe ich jetzt auch. Ich weiß. Deswegen bin ich auch hier reingekommen. Ich suche den Hund. Hast du gerade die Tür aufgemacht? Das ist das, das ist das. Das ist das, das ist das. Hey, bin ich mit Fortnite. Oh, bin ich mit Fortnite. Das ist auch normal bei mir. Unnormal. Das ist mein Freund. Ich schmeiß ihn raus. Ich schmeiß ihn raus. Ich schmeiß ihn raus. Mein Freund schmeiß ihn raus. Ich schmeiß ihn raus. Ich schmeiß ihn raus. Ich schmeiß ihn raus. Auf Laptop. Und jetzt mach privat. Jetzt mach privat. Wie geht das? Geh auf Option Und dann gehst du öffentlich, ne? Dein Herz Krachnir Mach nicht mal kurz zum Gruppeanführer Ja, privat Hast du? Hättest du das privat? Ich kann nicht mal, ich bin nicht der Gruppeanführer Mach ich mich auch zum Gruppeanführer, weil ich will das auch machen Mach ich mich auch zum Gruppeanführer Mach ich mich auch zum Gruppeanführer Jetzt hab ich privat gemacht So Und jetzt kann ich mal zum Gruppean kommen Feuer Meistchen Mangel Kuchen Danke für dich! Leute, diese Challenge, was ich gerade mache, ist voll schwer. Leute, wenn das Video gerade online ist, schreibt jetzt in den Kommentar, was wir nächste Video machen sollen. Wenn das Video euch gefallen wird, dann Like da. Und macht ein Abo da, wenn ihr kein Video verpassen wollt und damit auch kein Video verpasst. Ich habe nur eine graue Fistole und bei mir ist ein Kack-Degner. Und er hat eine Pappkarte. Brauchst du nicht. Trachten wir auf, wollen wir aufhören, wieder zu machen. Weil, das ist einfach ein bisschen scheiße, der Challenge, ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.